Da ist noch was. Wenn man in der gegenständlichen Kunst den Tod malt, geht es nicht darum, den Moment zu erfassen, in dem nichts mehr da ist, sondern jenen, in dem alles entschwindet. Kurz vor dem letzten Atemzug. Keines der sechs Kinder im Bus hat überlebt. Wie du das die ganze Zeit über schaffst. Ich mache es so gut ich kann. Hände hoch! Na los, mach schon! Sie war eigentlich immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Und dabei geriet sie wohl an die falsche Person? Er hat sie mit ihrem eigenen Blut gemalt. Sagt Bescheid, wenn wir irgendwann mal eine normale Ermittlung haben. Ich höre ständig ihre Schreie in meinem Kopf. Das war eine Bestie. Du wolltest wissen, wie ich es geschafft habe, das all diese Jahre auszuhalten. Weil du bei mir warst.